Hi, mein Name ist Julian. Ich dachte, kurz bevor ich in die Examsvorbereitung gehe, stelle ich mich mal hier kurz vor. Ich bin überraschenderweise Jura-Student und ich studiere Jura hier in München an der LMU. Ich bin derzeit im achten Semester, komme dann, keine Ahnung, Mitte Oktober oder so, komme ich in das neunte Semester und das markiert dann den Start meiner Examsvorbereitung. Am 1.10. schreibe ich noch, wichtig, meine Schwerpunktklausur und genau, das war es auch eigentlich schon. Nach dem Abi, das könnte ich noch sagen, nach dem Abi habe ich nicht sofort mit Jura angefangen, sondern ich habe erst ein dreijähriges Studium, Verwaltungsmanagement dual, an der Hochschule des Bundes in Brühl. Das ist so bei Köln-Bonn gemacht, das habe ich auch abgeschlossen. Und nach dem Studium habe ich als Beamter beim Deutschen Patent- und Markenamt, DPMA, hier in München angefangen. Und nebenbei studiere ich noch Jura. Dementsprechend kommen vielleicht auch nicht so viele Videos raus, wie ihr es euch erhofft oder wie es ohne eine Arbeit möglich wäre. Aber okay, das ist halt Natur der Sache. Ich gebe mein Bestes, auch in der Examsvorbereitung, schaue ich mal, wie viel ich schaffe. Ein Video pro Woche sollte wohl drin sein. Mal schauen, ob ich mehr schaffe. Ich gebe mein Bestes, wie gesagt. Genau, falls ihr noch Fragen habt, irgendwie zu meiner Person, wie ich Arbeit und Studium unter einen Hut bekomme, zu meinen Hobbys, Verbesserungsvorschläge. Verbesserungsvorschläge sind immer sehr gerne gesehen, sind super. Ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Und ansonsten, ja, falls ihr an der LMU studiert, vielleicht sieht man sich, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Und ansonsten verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einem Standardvideo. Ich sitze gerade an der Aussetzung, 221. Die ist halt richtig ätzend. Da brauche ich schon, da sitze ich schon seit Wochen dran. Aber okay. Genau. Dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. So. Jetzt habe ich gerade das Video aufgenommen und habe vergessen, mich für die 2500 Abonnenten zu bedanken. Also, danke für die 2500 Abonnenten. Und Abonnenten. Ihr seid alle super. Danke für die vielen, sehr, sehr, sehr vielen netten Kommentare. Und natürlich gab es auch ein paar komische, aber okay. Ist Natur der Sache. Kann ich nichts machen. Und macht mir auch eigentlich nichts aus. Aber okay. Ihr seid alle sonst super. Natürlich die, die mich abonniert haben. Und genau. Das war es auch schon. Wie gesagt. Ciao.